heiho und willkommen zurück bei lieben strategie spiel und wikinger freunde zu kalt schoss der rache des regengottes wir sind immer noch in der dritten mission des dlc's rache des regengottes und ja wir haben unseren guten krieger hier oben an die horde der indianer verloren etwas doof aber so ist es jetzt halt was wir uns jetzt hat kümmern müssen ist gut nahrung kommt jetzt ein du solltest dir ein kind wünschen nein wünschte hier irgendjemand ein kind damit studie mein jung und ja wir brauchen auch müller also mit studie auch meinen jungen so bei kinder haben wir glaube ich gerade keine nein ja wir brauchen den müllenträger für die bäckerei und wir können mal speed boost anmachen weil die bäckerei steht als andere dürfte dann laufen ja die kapiere doch nicht die das dann geht so mit dem eisen herstellen weil wir bräuchten wirklich ein eisenschürfer weise spät so zu machen und dann die eisenwaren ranzukommen und sagen wir kein eisenschürfen können und ich habe bis jetzt wirklich absolut kein eisen entdeckt ich habe bis jetzt auch nicht mal berge außer denen hier entdeckt wird schwierig so okay wir müssen jetzt hier drüben ein bisschen platz machen für noch ein zweifamilienhaus drei familienhaus also hier ungefähr deswegen schnappen wir uns mal unseren anska machen die zum kundschaft das linie hier war drüben mal fleißig bäume fällen wer dessen ein steinbetz zelt das linie hier war drüben mal fleißig bäume fern und so auf die so wie sieht es aus drei familienhaus als perfekt das heißt du kannst wieder bauarbeiter werden du bist becker geworden sehr gut die wollen bier darüber können wir uns als letztes kümmern strola kann trainiert werden gut und du solltest jetzt dann anfangen zu töpfern pilzzammler würde hier direkt neben das lager passen oder hierhin hier direkt ins lager wäre praktisch weil es hier gibt es jede menge pilz im gesamten umland die beiden kinder werden hoffentlich weiter wachsen steintor ist zwölf und hawart ist zehn ok hier ja wie viel öl brauche ich denn insgesamt 20 hier und 20 da also 40 öl das heißt ich muss wirklich simultan wenigstens ein pilz sammler und einen den habe ich umgezogen nicht euch mein baarbeiter müller nachher eine frau könnten wir dann auch noch gut gebrauchen aber nicht von dir weil du hast bereits gerade ein kind so hawart ist erwachsen und du bist müller gut ach ja und hawart der zieht bei euch ein gut das heißt als nächstes das pilz sammler zählt dann werde ich zwei pilz sammler machen die werden erstmal obdachlos sein aber was muss das muss so du bist erfahrt und kannst trainiert werden und du hast den täpfer erfunden sehr schön ich finde es lustig dass der täpfer mit einer schaufel rumläuft als ob man den neben selber abbauen könnte aber es doch nicht kann so 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 ich kann auch einfach machen meine beiden baarbeiter zum pilz sammler um strukturieren könnte auch helfen aber wenn ich meine baarbeiter braucht dann habe ich sie nicht vor allem wenn ich einen baarbeiter später zu dem händler machen will der unter anderem vielleicht mit denen hier handel treibt auch wenn sie vielleicht abgesehen vom gold nichts besondere naja ok wolle hätten sie noch ja irgendwann wird auch noch trinken schuster gebraucht ja aber jetzt erst mal das hier zum laufen bringen du kannst du mal wieder ein paar holzwerkzeuge machen heute haben wir nämlich gerade genug aber ja wir brauchen bald stein zurück ist der stein ziemlich nah am stein mit und ihr bekommt den jungen der erstmal kunstschafter wird und später dann farmer so alle häuser bis auf das ist mit geschirr versorgt so wenn du mit dem fertig bist dass du wieder holz fällen so okay wir haben wieder genug holzwerkzeuge so du hast noch einmal leben das ist okay dann ach da ist unser kunstschafter gerade angekommen wir müssen noch erwachsen werden so wie du auch so das wird dann auch langsam mal zeit dass die nahrung in unserem hauptlager mehr wird so wie du auch ja ja wir brauchen hier könnte es vielleicht ein bisschen eisen geben bin ich mir aber nicht ganz sicher deswegen brauchen wir einen kundschaft der uns wirklich erst mal den fitz den teil der karte und den teil der karte aufdeckt bevor wir irgendwann hier oben wieder uns umsehen uns aber vor den wächtern fernhalten so du bist erwachsen das ist gut du baust jetzt steine ab das ist auch gut du hast träger und das ist gut das heißt ich kann meine beiden bauarbeiter mal in der schule zu trägern machen dass die anfangen nahrung aus der bäckerei zu holen und einzulagern so du bist nämlich schnell damit steinmetzer werden so 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 Ja, mein Toad.